Denn die Wahrheit ist auch die, aufgrund des Wohlstandes, den wir haben, haben sich in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen, praktisch die Top-Leute in ihren jeweiligen Feldern aus der Politik rausgehalten. Es sind Chefärzte geworden, Unternehmensgründer, reiche Leute geworden oder für andere Dinge sich engagiert, aber sind nicht in die Politik. Und dafür zahlen wir jetzt die Quittung. Die schwachen Leute sind in der Politik. Es ist einfach eine andere Generation. Und die Politik hat noch nie Wohlstand erwirtschaftet. Der Wohlstand kommt von Leuten, die mit Passion sich den Arsch abarbeiten, die in der Lage sind, Leute zu motivieren, wenn viel zu tun ist, auch am Samstag zu arbeiten. Da kommt Wohlstand her. Doch nicht von einer schwachen Figur, die, was weiß ich, Staatssekretär ist und in Berlin oder irgendwo in Brüssel an einem Schreibtisch sitzt. Der kann doch nichts. Das ist die Wahrheit. Und was so erschreckend ist, ist, dass man früher solche Diskussionen öffentlich geführt hat und dass es nicht mehr wünscht ist. Dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann. Da muss ich leider Ihre Branche ansprechen. Das total versagende Journalismus ist eine Katastrophe. Und ich weiß nicht, wie viele Ihrer Kollegen, ich spreche nicht Sie persönlich an, wie viele Ihrer Kollegen in den öffentlichen Medien eines Tages mit einem guten Gewissen sterben wollen. Ich weiß es nicht, wie die das fertigbringen wollen. Denn der Selbstbetrug geht nicht bis in die letzte Stunde. Das ist eine Katastrophe.